Willkommen! Dieses Video führt euch in den Naturpark Qingxiu Shan. Das Qingxiu Shan Naturschutzgebiet liegt am Ufer des Yongqiang etwa 9 km südöstlich vom Stadtzentrum von Nanning. Darin befinden sich mehrere altchinesische Heiligtümer und Klöster, welche auch heute wieder von Nonnen und Mönchen bewohnt werden. Auf dem Gipfel des Qingxiu Shan steht eine hohe Pagode namens Yongxiang Pagode. Sie hat 9 Stockwerke und ist mehr als 60 Meter hoch. Genießt nun die wunderschöne Landschaft von Nanning. Sie ist voller Schwung und erfrischend. Gipfel des Gipfel des Gipfel des Gipfel des Gipfel. Gipfel des 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 Gipfel Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.